Ah, wen haben wir denn hier? Den Lanz... Ach stimmt, den Lanzkrieg hab ich denn da gar nicht gespielt. Da könnte ich noch einiges freischalten. Der kriegt Plus% Force Base Damage, Base Damage Grenades. Spezialized on using projectile weapons and abilities. A specialized trade path for a unique weapon combination. Können wir schon mal spielen. Haben wir noch nie gespielt. Äh... Machen wir die Musik wieder ein bisschen an. Oh, ihr Quid hab ich's schon. Für Crit. Crit Chance, Crit Bonus, Attack Speed, Damage in Pickup Range. Äh... Hallo? Können wir die kaufen? Danke. Hier haben wir auch noch Trades, die wir kaufen können. Gold Pickup per Rank, Damage per Rank, 4700, Attack Speed per Rank, Force per Rank. Ich weiß nicht genau was Force bringt. So, jetzt ist die Frage, wollen wir Debuffs haben? Oder wollen wir uns heilen können? Heilen wir auch, glaub ich, ganz geil. Ich bin mit dem, mit dem Boots nicht sicher, was wir da wollen, ehrlich gesagt. Gut. Increases Block Strength by moving, builds up by move distance. Block Strength is limited to 10. Movement Speed buff increases the cap, standing still removes the cap. Äh, in den Groove the Bonus. Das dürfen wir nie stehen bleiben, müssen wir konstant laufen. Weiß ich nicht. Das ist einfach nur ein Slow, der ist echt, das ist echt lame. Movement Speed. Kann ich einfach mal so reingehen. Mal sehen, wie das funktioniert. Äh, ich würd mal sagen, wir machen mal Ember, Grounds, Agony, Scales, Monster, Counts, Monster, Health, XP, Drops, Dynamic based on your performance. Finde ich zwar irgendwie nicht auf on your performance, sondern einfach nur, wenn du genug killst, kommt dann das nächste Level. Ist einfach nur ne Killanzahl, gefühlt. So, wir haben gesagt, achso, ich weiß aber nicht, was mit Force skaliert. Was skaliert denn mit Force? Damage macht's ja anscheinend ganz gut. Crit Bonus, den können wir schon mal nehmen. Weil wir ja offensichtlich auf Crit gehen wollen. Base Crit Chance. Let's go. Äh, Attack Speed, den können wir auch nehmen. Der hat nur viel Piercing, glaub ich. Range, Region, ne, hier werden wir wollen. Force nehmen wir anscheinend mit, weil sie kriegt ja Base Force. Jetzt muss ich mal was gucken. Traits und Abilities. Skalierstum mit Force? Range, Force, Max Duration. 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 Duration und Phantom Needles. Base Crit Chance Projectiles. Crit Chance Projectiles. Crit Chance Projectiles. 0,5m Base Movement Speed. Base Damage Projectiles. Base Crit Chance Projectiles, wie soll ich sagen. Kann ich Schadenszahlen ausschalten? Auto-Attack-Mausbund. Keyboard-Bindings. No Twitch Chat-Poles. Oh, dann können wir ja auch mit Twitch kombinieren. Ähm, Damage Numbers. Würde ich sagen, machen wir aus. Weil das eh irrelevant ist, wie die hochgehen. Sie sind einfach nur irgendwann riesig hoch. Es geht eh um das Feeding, ob wir die Gegner tot kriegen oder nicht. Damage Projectiles. Let's go. Wir wollen Projectiles skalieren. Attack Speed. Crit, Attack Speed Projectiles. Let's go. Base Crit Chance wäre noch gut. Aber ich glaube, die kriegt man erst auf der 25. Aber die kann man nicht wieder. Oh, ich habe irgendwo eine Hand eingesammelt. Attack Speed. Movement Speed, Crit Chance. Oh, 0,5m hätte ich jetzt das geben können. Na gut. Da habe ich nichts gesagt. Region. 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 Base Defense. Defense. Pickup Range. Ich übernehme ich lieber die Pickup Range, wenn ich weniger weit laufe. Also die besser einsamen kann. Die SP. Besser laufen kann damit. Ist ja auch nicht nur... Nicht nur Ding ins Pommes. Also im Moment mal, wir sind... Ey. Wir müssen das doch anders... Anders machen. Äh. hier... Gameplay 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 Gameplay. Und dann gucken wir hier... Also die Aufnahme-Gerät packen wir sie irgendwo so hier hin... Ich hoffe, da bin ich am wenigsten im Weg. Weil rechts oben stehen welche Waffen wir haben. Das ist ja doch schon ein bisschen Interesse. Vielleicht dann. Haben wir was anderes. Base Force. Wir wurden gehedet. Wir wurden schon wieder gehedet. No. Ich bin schlecht. Cool. Ich glaube, das skaliert besser ins Late Game. Ich glaube, das skaliert besser ins Late Game. Muffin und Speed. Regeneration. Ich glaube, wir brauchen irgendwann Muffin und Speed. Das wäre so weit in der Reichweite. Das wäre ganz geil. Projektile. Hast du ein Projektile? Bist du ein Projektile? Ich glaube, ich würde nochmal... Ach du Scheiße. Aber du bist auf jeden Fall ein Projektil. Dann wohl Frost Avalanche. Der geht aber auch auf Force anscheinend. Ich mache mal Base Damage hoch. Was ist denn bei dir, der ist das Force Level Up? Was leben wir denn mit Force? Force Max Duration. Das ist immer die Dauer. Was macht denn mit der Dauer? Wie lange die gefreezt werden? Base Area Grenade. Base Damage. Das gehe ich wieder nicht auf die... Äh... Crit Chance Prototype. Crit Chance Prototype. Da bin ich hier. Area... Block Chance Force Range Damage. Da haben wir kein gutes Level Up gefunden. Ich glaube, wir wollen so machen. Das ist ein Projekt. Lab Up 2000x. Seasoned. Pick Up Range. Elemental Effect Chance. Multi Strike. Attack Speed. Damage. Phantom Needles. Cool Blitz ist, glaube ich, noch ein Slowly Move Board of Electricity. Bist du ein Projectile? Kann ich das nachgucken? Was du als Projectile erzählst? Max Duration. Shining Trades. Level Up. Shrine of Blessings. Size Area Force. Crit Chance. Dedication Trades. Ich glaube schon, dass das tatsächlich zählt. Dedication Trades ist doch das... die Projectile-Sachen. Sie müssen dann das Projectile zählen. Das macht es das ziemlich awesome. Äh... Multi Strike. Jets. Pick Up Range Damage Projectiles. Man, da müsste ja auch der Damage hochgehen jetzt. Was ist denn denn Damage? Average Damage per Hit. Damage. Color of Confident. Blood Soaked Shirt. Weapon Proficiency Trades. Jupp. Das ist auf jeden Fall. Das ist ein Produkt. Äh... Crit Bonus. Gange auf den Crit. 1 Million Projectile Damage in one run. Okay. Habe ich noch nie gemacht? Nicht für ein Gerücht. Ah, das ist wahrscheinlich für die... für die Klasse. Das ist wahrscheinlich ein Klasse-Trade. Äh... Attack Speed. Kapazität. Wir wollen eigentlich nach rechts. Noch fällt mir gerade ein Crit Bonus. Wir wollen noch nach rechts für den anderen... die andere Waffe. Move, move, move. Elemental Fade Damage Projectiles. Let's go. Mehr Damage. Also wir sollten eigentlich die ganzen Projectile... Trades durchgelevelt kriegen mit dem... diese Runde. Region... Base Region... Extra Region... Geh mal ein bisschen auf. Region ist schon ganz gut, wenn wir mal gehittet werden, dass wir uns wieder hoch... nicht sustainen können. Ich mag Region. Wäre die sein. Attack Speed, Range, Attack Speed. Noch mal Frost-Avalanche hochladen. Ich glaube, Frost-Avalanche ist durch diese... X-Förmigkeit echt ungünstig. Ich muss mal aufpassen, dass wir die Sachen sehen, lieber hier. Huch. Was geht denn jetzt ab? Wir kommen ja viel zu viele. Huch. Da geht's ab. Base Defense, Base Movement Speed, Crit Chance Prototype, Crit Chance. Let's go. Oh, ich hab wieder in der Hand gefunden. Nice. Crit Bonus, Piercing Wind. Base Regen, Pick-Up Range machen. Area Crit Chance. Ich muss kurz die Gegner von der Truhe weglocken. Crit Bonus. Ach so, wir müssen eh warten, bis das Feuer weg ist. So, Blood Surge on Kill. Always when killing a foe. Chance for 1% damage. Max 100% more damage. Hm. Da sehe ich uns ja. Das ist einfach eine stärkere Variante. Oder mehr Damage. Einfach mehr Flat Damage auf alles. Area, Base Damage, Pick-Up Range. Ich glaube, ich will Area haben. Der größer wird. Ich meine, dass das Platz sogt. Schott ist neu angefangen zu ziehen. Okay. Das ist ja doof. Aber es ist halt gleichzeitig More Shock Waves plus Force minus Movement Speed. Wollte ich, glaube ich, trotzdem nehmen. Einfach, weil es häufiger Psu, 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 Psu macht. Psu, Psu, Psu und so. Psu, Psu, Psu ist wichtig. Oder haben wir sogar einen Multi-Strike auf unserer Avalanche. Und jetzt sind einfach zwei Frost-Avalanchen geflogen. Äh, Attack Speed. Mehr Attack Speed. Oder hat Force überhaupt nicht im Kontakt wirklich. Was macht denn Force bei... Wait. Was macht Force bei dir auch wieder? Duration? Wait, warum kann ich bitte die... Da, Piercing. Multiplayable, okay. Hä? Pierced mehr? Ich wusste gar nicht, dass irgendwann auch für die Piercen. Backpour. Spannend. Was man so rausfindet, wenn man mal die Stats sich anguckt. Oh, ich will hier rechts. Hier geht's, oder? Strong, Zoom, Zoom. Ich one-hit die, wenn ich die, glaube ich, kriege. Mit meinem Main-Button. Das ist schon ziemlich geil. Wenn wir uns... Oh Gott, hör auf, auf mich drauf zu rennen. Äh... Oh. Macht das automatisch den richtigen Tausch? Ja, macht's. Okay, nice. Halten wir die Wooden Ring Stacks? Wir kriegen die Wooden Ring Stacks extra dazu. Sehr gut, nice, 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 nice. Äh... Damage Pick-Up Range. Und ich glaube, ich kann immer, wenn ich irgendeine Levels kriege. Oh Gott. Oh Gott, das ist so viel. Ich will hier nach rechts laufen, ihr Schweinchen. Ich will hier nach rechts. Oh Gott. Oh Gott. Haben wir das ganze Gold mitgenommen? Sehr gut. Force... 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 Range... Damage... Base-Crit-Bonus. Wenn wir auf Crit gehen, sollten wir alle Crit-Bonus mitnehmen. Das Blocken ist ein bisschen blöd, weil ich glaube, dann zählt unser Crit nicht. Also gegen alles, was blockt, ist Crit's schwierig. Ich möchte einfach eine bestimmte Anzahl an Hits, dass der Blockdown ist. 4 Millionen Damage ist die Trojan-Tonis. So, das wird man eigentlich für Sport hin-kriegen. Ähm... Attack Speed. More Attack Speed. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch das... Das Weapon-Upgrade kriegen, dass das Ding splittet. Ich hab mir nicht fast eingedauert. Der Gegner ist im Kopf noch vor uns gestorben, aber... Ich hab' knappe. Die sind entspannt, ich bin Multistrike, Movement Speed Area. Ich würde eher für Multistrike gehen, wenn wir auf Attack Speed gehen, ist Multistrike, glaube ich, ein Nidus immer hier. Weil das quasi von Attack Speed noch viel häufiger getriggert wird. Das ist auch ein Upgrade, was ich nehme. So, sollen wir die Hand wahrscheinlich einsammeln? So, so, reach level 40. Nice, Force Base Piercing, Base Damage, Minus Grenade Damage. Ich glaube, dass wir später brauchen, das Base Piercing. Auch wenn wir schon ganz gut am Piercen sind. Das sind halt weniger Granatendamage. Ich muss mal die Hauptübulation, ob wir das jetzt nicht wieder Trade brauchen. Aber das ist ja alles Projekt, die sind bis jetzt immer nur bei der Skaggert. Wir müssen jetzt mal ein bisschen auf den... ... auf das Pew Pew uns im Konzentrieren. ... so ein bisschen umlesen. 0,5 Meter pro Sekunde im Base Muten ins Feld. Ich glaube, ich will hier für den Attack Speed gehen. Oh Gott, wie war das? Da haben wir Sachen zum Einsammeln, aber dazu müssen erstmal die ganzen... ... die ganze Kacka da verschwinden. Base Multistrike Grenades. Ne, das ist Quatsch. Base Damage Projectiles. ... High Voltage. ... Cast Chain Lightning while moving past enemies. Yes, please! Please! ... Cast... ... Additionally cast Chain Lightning. Holy shit, yes! ... Do this! ... Regen, Damage, Movement Speed. ... Regen, Damage, Movement Speed. ... Regen, Damage, Movement Speed. ... Alter, wo ist hier hinge... ... hinge... ... hingechain Lightning wird. Holy shit! ... Stirb, du großer Blob! ... Attack Speed, Pickup Range. Ja, dann Attack Speed, wa? ... dann mit, mit wir schönen AOI haben. ... ... Dich kann ich wegwerfen diese Runde. ... mit Amorizing Bottle. ... Decrease die Menge Potions of Memory. ... Decrease die Menge Potions of Strong Wine. ... Ich weiß nicht, ob das cool ist. ... Ich bin eigentlich auf dem Weg da hoch zu der Hand. ... Ich fühlte, äh, wir sind hier ein bisschen blitzig, die ein bisschen sehr weit blitzen. ... Die blitzen dann, achso, weil die, weil die gerade wahrscheinlich in dem Moment das Chaining ausgewählt haben und dann das Reset, weil wir nach oben laufen. ... So, da würde ich sagen, mal mehr Force, wa? ... Ich glaube, ich habe jetzt hier A3 Level komplett. ... Regen, die 2. ... Wir haben gerade die 2, die du nicht erreicht hast. ... 45, wir haben noch 20 Minuten. ... Tag Speed for us. Ich glaube, ich muss nochmal Tag Speed haben. ... Also die... ... Geh, also ich geh jetzt auswählen auf Lightning. 10 Millionen Damage with Projectiles. ... Sehen's time. Piu, 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 piu. ... Das ist geil. Das ist gut, ne? ... Base Defense, Base Movement Speed, Pick-Up Range. ... Mehr Pick-Up Range, das levelt ja auch unseren Attack Speed, glaube ich. ... Haben wir was, was ein Gegner, der im Pick-Up Range ist, Attack Speed, die ist verliert. ... Das ist sowieso ein Koppel. Force, Damage, more Shockwaves, more Force, Minus Movement Speed. Ich habe ihn noch wenig Movement Speed, das ist schön. ... Das ist nicht, das ist echt auch nicht. So, Area Strength. ... Nimm. ... Also wie, wie so ein, so ein Kugelblitz eigentlich alles dort zerlegt. Force, Range, Damage. Ich glaube, die Range ist fine, weil Frost, Avalanche, ich glaube, ich würde einfach Straight-Up Damage nehmen, wenn dann. Wenn wir die skalieren wollen. Frost, Avalanche. Wo sind die Crips, scheint sie eigentlich. Kann man doch sehen, ne? ... Projektile, Multistrike, 1,2, Attack Speed, Cone Angle, Attack Speed, Projectiles, Cone Angle, ne? Bottom Rides, achso, die unterscheiden sich. Launch, Velocity, Max Duration, Size, Erdung, Quit Chance, 98%, holy shit! Wir sind ja insane, was Krips angeht. Äh, Areas Quatsch, dann nun hier zum Base-Durch. Ich finde, ich finde, die Grafik ist lustig. Mit dem Offscreen Chain Lightning Spill, in dem Moment würde die Gegner sich gerade die Positionen neu setzen. Krips Bonus, ja. Krips Bonus würde, glaube ich, schon steil sein, auf jeden Fall. Krips Bonus, das ist schon sehr, sehr viel zu ... Attack Speed? Oh, hier, Overall Attack Speed, alles ... Bist mir ... 1.5 Millen mit Frost überlauchte. Mit jedem Charakter in einem Rang. Oh! Oh, holy shit! Ich hab' gehetet. Da wird man hart angerannt einfach. Wenn er getrievt und bohrt, hat er die Kapierer erhöht die Menge der möglichen Hallucination-Elixiers. Ich hab' nie getrievt. Will ich behaupten. Let's goooo! Levelling, Hardcore. Movement speed range. Wird noch ein bisschen movement speed. Wird noch ein bisschen schneller sind. Crit bonus. Crit bonus, so do nice. Strength. So, wieder. Level A, base engine speed. Ich glaub' ich will attacks wieder annehmen. Frost chance. Wenn wir so viel Regen nehmen, sollten wir, glaub' ich, auch generell mehr Regen skillen. Das ist wieder sowas, was mehr Regen bringt mehr Regen. Hier, Crit chance. Jetzt sollte man Crit chance über 100% haben. Bin ich der Meinung. Ja, Frost. Guck' ich mal kurz nach. Äh, Crit chance. 120%. Nice. Jetzt können wir plus... Also, Critz plus Marge. Die ist 10.000 damage with a single hit. Okay. Okay, wir nehmen jetzt den Base movement speed. Wie gesagt, ein bisschen movement speed ist auch schon ganz geil. Ja. Regen, Regen. Attacks speed. Jede Menge Frost Avalanches, die hier rumfliegen. Das ist tatsächlich ein Zwischen. Pew, pew. Okay. Sollten wir wahrscheinlich erst mal Retrieven, ein paar von den Sachen, die wir dabei haben. Guck mal, diese scheiß Wurmer wieder. Diese lila Brellen machen. Ja. Aktuell sind das sehr, sehr gut im Game. Also, Damage ist richtig fett. Oh Gott. Ja, wir sollten nicht in die Bälle reinlaufen. Äh, mehr Attack Speed. Mehr Attack Speed für unsere Phantom Menards. Schöpiu, die der Da 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 on the. Eee, da 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 da. Eee, da 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 da. Pew, pew pew, pew pew, pew pew pew, pew pew pew. So, Base-Region-Damage-Ability, mehr Damage, gelösende Damage skadieren. Das lädt ja hoffentlich nur auf den Crit-Damage, das verstehe ich das so. Wenn man Flap-Damage lädt, ist das auch ein Crit-Damage skadiert. 1.5 Minuten, das dauert natürlich jetzt ein bisschen länger. Aber dann werden wir mit der Hand eingesammelt. Ein Einsammel-Einsammel eingesammelt. Habe ich so das Gefühl? Egoidooo-Eden? Egoidoo-Eden? Egoidoo-E? Egoidoo Eleon VI? Egoidoo-Eden Igany III ist glaub ich das, was Osmos bei mir الحie gehabt hat. Vor allem beim Dodgen? Doch da rein alle diese Sachen, die auf dem Boden sich bewegen. Aber ein bisschen fies. Dann gibt es da so Stellen, die ich einfach nicht durchlaufen kann. Oh, hallo. Können wir den Boss machen? Können wir uns eine Waffe geben? Okay, da gibt es keine Waffe. Blocks, Chair & Space, also dann glaube ich lieber Area. Das ist glaube ich eines der wenigen Sachen, die uns noch was bringen. Ich wollte zu den Bewohnern und dem Trank zugetreten. Dann gehen wir an Yushka, ich bin großartig. Wie liefst du denn bei euch? Hallo Boss. Tschüss Boss. Na, was hat er gespielt? Guten Tag. Flash Shoutout. Dann Yushka. Servus Raiders. Kritiker Splits. Yo. Oder Transfiction für mehr Projectiles. Aber ich würde eh mehr Projectiles halten wollen. Es lief sehr gut in Ballos Gate. Ich muss aber leider ganz schnell los, weil Oma Essen gemacht hat. Alles klar, dann wünsche ich dir guten Appetit. Gönn dir das Essen. Gönn dir das Essen. Guten Appetit. Lass dir schmecken. Nom nom. Danke für den Raid. So, jetzt kommt das immer noch. Change Direction. Ja, wir splitten hier, glaube ich. Flamestrike ist kein Projectile. Deswegen wir splitten. Ähm. Multi-Strike-Area. Oh. Nein, wo ist das? Wo ich hinwollte. Fragile Chance. False Blessing. Kriegen wir jetzt hier. Affliction Chance. Bin mir nicht ganz sicher, was es genau bedeutet. Deswegen nehmen wir Attack-Speed für unser Dingens-Pumps. Ähm. Hier habe ich, glaube ich, noch nie retrieved. Die werden nach oben. Kann ich hier nochmal ran? Ich kann... Ich kann mehrfach. LOL. Das wusste ich nicht. Ich habe immer genau eins pro Run retrieved. LOL. Ja, GG. Ghee fucking Ghee. Ich wusste nicht, dass ich mehrfach Items nach oben geben kann. Ja, dann... Dann ist das Skainling ja hier was ganz anderes. LOL. Lalalalalalalal. 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 Piu-piu-piu. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Effekte. Überall Effekte. Überall Blitze. Die... Alles explodiert. Wir vernichten alles. Tech-Speed. Zwischen ist Frost-Event gar nicht so selten. Also... Ich sehe nur noch blau. Ich sehe nur noch Blitze, blaue Granatenexplosion und dann die Frost-Sachen zwischendurch fliegen. What the fuck? Ich sehe literally nichts anderes mehr. Elemental... Elemental-Effect-Chats. Ja... Und sie sei nur ein bisschen gefrostet. Ich glaube, Frost macht hier keinen Continuity-Jun. Elektro und Feuer kann also burn und... Der Elektro-Status... ...kann konnte ich ja nicht schade machen. Ich weiß nicht, dass Frost macht. Ehrlich gesagt. Nehmen wir mal die Range. Nehmen wir jetzt mal doch die Range, dass wir auf größere Empfang hingreifen können. Wobei, ich glaube, das wird später kein Problem sein. Also, Range ist, glaube ich... ...das außerdem geht ein bisschen in Wasted-Stat im späteren Spielverlauf. Das Spiel eigentlich nicht der Halt. Ich habe gar nicht gravisiert. Weil die Gegner normalerweise eh so nah rankommen... ...dass du sie lockerflockig hitten kannst. Weil sie einfach in Massen angerannt kommen. Oh, hallo, Boss. Äh... Crit-Chance-Crit-Bonus. Das hört sich gut an. Für unser Build. Oh, das sind zwei auf dem Haus. Ey! Wird schon irgendwo dringerannt. So, machen wir den Platz. Der gibt ein Item. Sehr schön. Äh... Item, was wir... Ne, dann nehmen wir es nicht. Was wir nicht haben wollen. Ich nehme lieber die XP, weil da kriegt man ein halbes Level. Stattdessen. Äh... Attack-Speed. Damage. Und dann kriegen wir noch eine fette Road-Kiste. Das heißt, wir kriegen einen Crit-Bonus-Level ab. Oh! Yes! Einfach doppelter Crit-Bonus. So, hey. Natürlich war das der Falsche. Nice. Das hat es aber nicht zurück. Das ist okay. Ich mache einfach jetzt nochmal 45% mehr Crit-Schaden. Würde ich jetzt interpretieren. Und dann... Let's go! Attack-Speed-Area-Base-Damage-Pickup-Range kann man, glaube ich, noch weiter erhöhen, dass wir easier die XP haben. Für L läuft es echt insane gut. Wir machen die Bosse immer instant platt. Freime hier und Damage-With-Trust-Avalanche auch abgeschlossen. Darauf bin ich gar nicht gegangen. Das ist mir so aus versehen passiert. Aber... Projektile skaliert. Das ist halt ein Projektile-Skill. Und Level 80 für den Charakter erreicht. Jetzt nochmal Attack-Speed. Force-Range. Attack-Speed. Wir haben ja gesagt, Range ist nicht so das Thema. Deswegen... Attack-Speed. Die richtig schnell fliegen. Und dann überall diese Explosionen auslösen. Ansonsten bannern wir uns einfach mal... Von einer Hand zur nächsten würde ich sagen. Und dann... Wollen wir ein bisschen bewegen, nehmen wir Beziele an. Dann kann man ja einfach stehen bleiben. Aber das wollen wir nicht. Oh, jetzt kommt Gold. Gold muss ich, glaube ich, extra einsammeln. Effekt. Movement Speed. Multi-Strike Ability und Area. Multi-Strike und Area. Da seh ich alles. Naja... Wieder alles angeslurpt. Was wir irgendwie off-screen haben liegen lassen. Zack, 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 zack. Hier wird richtig reingeknubbelt. Also ich muss sagen, das letzte Mal habe ich sehr viel schlechter... bestanden. Level 82 ist insane. Ich glaube, das letzte Mal habe ich... Agony 5 Level 65 abgeschlossen. Wir sind bei Agony 3 Level 82. Das ist irgendwie... Von wegen es skaliert mit... Mit Dingensbummens. Mit unserer Performance. Also wenn, dann skaliert es nach unten mit unserer Performance. Nicht nach oben. In meiner Wahrnehmung. Also hier fühlen wir uns ja... Ich fühle mich dran. Wirklich hart OP. Vielleicht zu dem, dass ich mir die besten Abend gezockt habe. 40% Area. Level... Level 80 Upgrade für... Yo. Für die Chain Lightning. Dann haben wir noch ein Upgrade. Potenzial. Ehhh... Spike Boots. Also einfach mal Upgrade für die Spike Boots. Aimbar. Er ist ja... Obwohl ich da bin... Obwohl wir kommen, wir sind... Slow and Insidious Killer. Ja, genau. Guter Punkt. Crit Chance, Crit Bonus. Auch ein guter Punkt. Was haben wir noch bei Darkest Dungeon... Das ist eigentlich mal durchgezockt. Also ich muss sagen, ich habe es immer wieder angefangen, aber ich habe das nicht durchgezockt leider. Weil das eigentlich ein cooles Spiel ist. Aber ich habe immer andere Dinge dazu gehabt. Wo wir in den Force immer auch gelevelt. Nehme mal die Base. Aber trotzdem, allein durch die Stats, die ich durch die Level gekriegt habe, ging ich so stark. Ich bin jetzt ganz witzig mit diesen, mit diesen, ähm, Combo-Namen, die es so gibt. Vielleicht können wir das auch mal machen, so, das ist die Frage, eigentlich, so ein On-Hit-Chance mit uns Attack-Speed sollte auch insane sein, im Fall, dass wir dann doch mal irgendwas nicht direkt hier, 2 tappen, oder 1 tappen, 3 Millionen Damage with Transfiction, hab ich vorhin erst reingenommen in diesem Bild, haben schon 3 Millionen Damage gemacht, alles klar. Multi-Strike-Area, Multi-Strike-Area, let's go. Ich sagte, hey, bin ich grad wirklich wie so ein heißes Messer durch, Bruder, dort einfach Richtung Gegner und die fallen einfach komplett runter. Komplett um Tag-Speed. Chance. Ich muss Chance nehmen. Hab ich auch eine Chance genommen? Jetzt bin ich grad verwirrt. Was hab ich zuletzt genommen? Doch hab ich. Fragile Chance. Ich glaub mehr Fragile Chance und so brauchen wir das, glaub ich nicht mehr, tatsächlich. Würde ich sagen, weil wir sonst das irgendwann overcompensaten. Komm zu mir. Aber allein der Ansager ist so gut. Für 10% Damage. Ich tue für 9 Level ab für Frost Adventure. Jetzt haben wir Frost Adventure schon ganz schön hart gelevelt, ne? Area Elemental E-Fact Chance, Attack Speed. Du, da gibt's Darkest Dungeon-Announce. Stimmt, das hab ich immer gelesen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das richtig nice ist. Das kann ich mir vorstellen, dass das witzig ist. Dass die Announce-Packs bei LoL noch nicht gemacht haben, hab ich noch nicht verstanden. Das könnte man doch so gut monetarisieren. Und dann auch irgendwie Fans von irgendwelchen Caster und sowas mit reinrollen, dass ihr dann so ein Caster-Pack macht. Das hat selbst Wolof Tanks hingekriegt, die kleine Indie-Kompanie da drüben. Ich glaub ich nehm ja lieber Area an. Tatsächlich. Für mehr Overlap für meine, für meine Lightning-Sachen. Wir müssen noch ein paar Bosse kriegen. Wir müssen noch ein paar Bosse und Level-Ups und so klar ist noch ein Bosse. Hallo Bosse! Kannst du sterben, Bosse? Dead Bosse. Nice. Crippling-Cards. Fiberable behind you. All Transfigurator get a chance to play slow unhit enemies. Fiberable behind you. All can get a chance to play Affliction. Slow unhit sehe ich. Und hinter mich schießen bin ich auch geil. Ich schieße mich das Ding bei damit ich denke. Geil! Attack-Speed. Multi-Strike Attack-Speed. Full-Strike Attack-Speed. Du 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 du. Du 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 du. Level 92. Ich glaub ich war noch nie bei Level 90 in dem Spiel. Literally first time ever. Aber ich habe gerade auch insane Damage auf dem Damage. Hier sind eigentlich super tanky, normalerweise. Aber wir sind erst bei Ecken, nicht hier. Wir sind nicht bei Ecken, nicht 5. I was here. World first bandy over level 90. Äh, Effekt on hit chance. Attack speed. Mehr attack speed. Flop, flop, flop. Ich glaube, wir sind schnell. Ich bin schnell am Schild. Ich habe jede Menge Bonus-Sachen. Ich bin an einem vorbeigelaufen. Ne, ich glaube, ich werde einfach noch so weit verteilen. Ich habe 4 Hände, wenn ich laufen kann. What the fuck? What the fuck? Spawn da auch mehr von, wenn ich mehr kille, wenn ich krasser abgehe. 15.000 Kills schon. Inzwischen haben auch die Schilder nicht so ein Problem, weil unser Lightning, äh, unser Kugelblitz so oft hittet. Multi-Strike Area. Oh, let's go. Puh, 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 puh. Da haben wir eine Hand gefunden. Da müssen wir gleich noch zum nächsten laufen jetzt eigentlich. Äh, puf. Ja, Range, I guess, wa? Äh, wenn die Zeit abläuft, kommt der Endboss für die Area. Bis dahin haben wir quasi Zeit, uns vorzubereiten und die normalen Mobs zu klatschen. Wenn die Zeit abläuft, kommt der Endboss für die Area, der ein richtig tanky ist. Und wenn wir den schaffen, haben wir das Level gewonnen. So ein bisschen der Loop. Dann haben wir den Run gewonnen. Aber dass wir bei 7 Minuten bei Level 97 sind, 7 Minuten verbleibend. Ich war sonst, wie gesagt, bei 30 Minuten, also bei Endboss so Level 70, 80. Das ist das Üble. Also, wir sind ultra hart hochgelevelt. Wie so ein Hardcore-Spieler in PoE. So überlevelt sind wir gerade. Wie gesagt, wir sind erst bei Agony 4. Das irritiert mich. Eigentlich töten wir mehr. I guess wie in dem Range. Dass wir auf größere Entfernung auf den Boss dann und so angreifen können. Und auch generell so Mobs. Da kommt noch ein Boss. Bossi-Boss. Bossi-Dead. Quick-Freeze. Frost-Adventure will leave a trail of ice patches and slow down enemies patches may also apply frost effect. Change direction. Astronomer-Orbs. Das sind Projectiles. Das sind noch safe Projectiles. Let's go. Oder? Als ob die nicht unseren Projectiles sachen. Crit chance. Keine Technik. Dedication Traits. Jo. 129% Crit chance. Let's go. Das ist einfach noch mehr damage. Sehen wir, dass wir 100 schaffen. Transforms Damage of Summons to Lightning. Das ist eine Technik, um Elektrify on Hit. To Fire, Burn on Hit. Elektrify on Hit würde bedeuten, die kriegen quasi Elektro-Dot-Damage. Aber Summons? Ich weiß gar nicht. Ist das unser Astronomer-Orbs dann? Haben wir irgendwas, was mit Physical Damage skaliert explizit? Ich glaube nicht, oder? Ich würde mal für Elektrify gehen. On Hit-Effekte sollten uns ziemlich, ziemlich boosten. Durch den, durch die, äh, Hitmenge einfach durch die Anzahl an Hits, die wir haben. Weil ich nicht weiß, ob irgendwas lang genug überlebt bei unserem Damage aktuell, dass wir, dass da irgendwie Elektrify triggern kann. Jetzt Level 100! Woop, 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 woop. Mehr Rage. Das ist einfach Level 100. Holy fuck. Ich hab wirklich noch nie Level 100. Bin grad sehr... Huch, ich war mir vorbeigelaufen. Sehr irritiert. Was abgeht. Für das Sehende, da oben rechts. Keine Chief-Mann, nee. Geht ja auch noch weiter. Ich bin schon Level 101. Äh, Movement Speed ist, glaub ich, ne gute, gute Option, um weiter zu leveln. Es gibt für jeden Scheiß Achievements, aber tatsächlich nicht für Level 100. Stimmt. Es gibt für irgendwie, mach 100... Oh, ist noch ein Boss. Boss Jagd. Oh Gott. Der bestürt viel. Hier sind die ganzen Blobs jetzt, die so On-Death-Effekte machen. Das ist das gleiche Problem wie bei PoE. On-Death-Effekte sind übel, wenn du viel tötest, weil das dann alles auf dem Haufen stackt. Und du dich nicht mehr bewegen kannst. Wieso diese, diese, gerade diese, diesen Kreis um und so rum? Das ist halt einfach. Movement Speed, Range, Damage. Let's go. Wir kommen ja nicht mehr raus gerade. Wir haben so eine Arena für uns geschaffen, ob wir wollen oder nicht. Und wir kriegen jedes Mal Hits aktuell. Ich will ja nicht aus der Arena raus, aus diesem... Aha. Aber diese komischen Wellen triggern. Der Boss ist übrigens sick tanky, aber hauptsächlich, weil er im Boden ist. Nicht in den Boss laufen. Ja, der ist im Boden halt, ne? Mehr Regen. Ich weiß nicht, ich... Das ist schwierig zu erst kennen, wann er im Boden ist und wann nicht. Und er spawnt, glaube ich, die ganze Zeit diese... diese Würmer, die dann diese lila Wellen machen. Schwierig zu auszweichen sind. Ja, genau. Die, die, die ich euch die ganze Zeit abkriege. Aber ich glaube, das sind unsere Regen, die wir relativ würdig geskillt haben. Die hilft uns jetzt sehr. Sonst wäre ich, glaube ich, schon dead. Weil wir wurden ordentlich gehittet. Ja. Boss down. Äh, not retrieved. Dann lass doch mal das noch retrieven. Dann haben wir noch das Heid noch rausgeholt. Dann müssen wir nochmal... Movement Speed, Range, Damage. Mensch, let's go. Ähm, wo unter uns ist die? Ich muss gerade mal kurz gucken, wo unser... unser Brunnen ist, mit dem wir das zurückschicken können. Ähm... Ich muss mal gucken, wenn wir hier in so die Blobs reinlaufen, ob wir da auch durchlaufen dürfen oder ob die, ob die Sachen hinterlassen, wenn wir sie töten. Huch. Das ist ein bisschen das fieser. Hier noch ein Stein. Da wird. Ah, da war noch eine Hand. Das ist geil. Oh, und ein Gegner. Ein Boss. Base Damageability. Let's go. Der ist aber schon 3,4 dead. Dann habe ich den eben gedettet. Oh, cool. Noch eine Waffe. Lightning Strikes ist kein... Orbs in the original lane move on a eccentric orbit. Additional Damage bonus depends on the distance between June and the orb. Orbs in the original lane move on eccentric orbits. What? Ah, je weiter weg das ist, desto mehr Damage macht. Das ist... Das ist ja wild. Das wechselt einfach. Das hat so einen elliptischen Orbit. Jetzt. Das habe ich auch noch nicht gehabt, das Level Up. Oder das Upgrade. Das ist ja wild. Piu, 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 piu. Wir sind übrigens bei Ecke die 5 Maximum angekommen. Ich weiß nicht genau, ob ich das sehen kann. Aber ich hoffe. Wir wollen aber noch... Wir haben noch 3 Minuten. Und wir wollen zum... Also das maximale Schwierigkeit. Mehr skaliert sind nach oben. Was Peri Liga... Ich habe nicht mal gesehen, dass eine neue Peri Liga kommt. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wenn ich aktuell sowas spielen würde, so ein Spiel spiele, dann ist es... Ähm... Dingsbums. Na. Äh... Last Epoch. Weil das ein bisschen Casualicker ist. Jetzt habt ihr echt eine Lava-Pfütze vor den Eingang von dem... Ach. Was für ein Mist Liga. Ne, habe ich nicht gesehen. Wollen wir jetzt? Was geht ab? Bei der Liga? So. Wir können den hier retrieven. Dann gibt es noch eine Hand links oben. Können wir uns die gönnen? Im Fall, dass wir hier... Aber Endgame fehlt noch. Ja, ja. Aber das ist ja perfekt für mich. Da bin ich ja irgendwann wenigstens doelig. Kannst sagen, das Spiel ist fertig. Das hilft mir ja nur. Ja, Metabolism ist glaube ich das, was uns für später irgendwann mal am meisten hilft. Wenn wir gehittet werden, dass wir schnell wieder hochrecken können. Könnte uns auch beim Boss helfen. Weiß gar nicht genau, wie gut der Boss ist. Aber eigentlich müssten wir ihn komplett klappen, den Boss. Ich dachte mal, dass der... Der Boss ist einfacher als der... Das ist die zweite Stufe, als der... Der Boss der ersten Stufe. Und wir machen so viele Projektile und... Fragilität und Bumsi Bumsi und... Und Krillz und alles. Da ist schon ein Boss Offscreen gestorben hier. Das ist Necropolis. Und man sieht am Schluss Katharina und Sanctum Boss. Über Betrayal, über Sanctum, maybe. Aha. Das hört sich eh nicht nach etwas an, wo ich jetzt begeistert wäre. Ich würde mir so denken, ja gut, komme ich eh nicht hin. Ich habe ja nicht mal ein normales Sanctum gemacht. Und ich habe genau, glaube ich, zwei Betrayals Haupt-Safe-Houses gemacht. Mehr nicht. In meinen ganzen Stunden. Würde ich behaupten. Also von daher... Hält sich in Grenzen mein... Mein Excitement für sowas. Muss ich leider sagen. Weil Endgame mache ich ja immer nur so, so halb. Obeys, Crit Chance und Crit Bonus. Let's go! Let's go! Range, Movement Speed, Range Damage. Let's go! Level Up! Wir haben noch welche. Das ist das fieseste, wenn du so hochlevelst, dass du gute Waffen haben musst. Du musst überhaupt wirklich gute Level Up zu haben. Gute, gute... Gute Sparks. 111. Wo ist denn Ende? Wir haben auch eine Minute 11. Normalerweise geht es in der letzten Minute erst so richtig bunt. Damage, Crit Bonus, Minus Area. Das ist okay. Noch eine Hand eingesammelt. Let's go! Wir rantern zur nächsten Hand, glaube ich, direkt. Das ist das Einfachste. Muss nur den On-Death-Effekten ausweisen. Also ich freue mich dafür, dass es das gibt. Weil es wird viele Leute geben, die sich darüber freuen. Die sich freuen, wenn sie noch mehr tun können. Aber ich müsste halt ähnlich wie bei League eigentlich nur noch PoE spielen. Damit ich in das Endgame komme, bei dem ich halt noch arbeite. Also es ist halt ein Spiel, wie jedes andere Free-to-Play-Service-Game, wo du nur das spielen darfst. Wenn du noch Arbeit hast. In deinem Leben. Oder du musst halt Full-Time-Streamer sein, dann kannst du mehr davon spielen. Bin ich halt nicht. Dazu wird mir nicht genug donated. Nein, nicht donaten, Solo. Bin ich okay für die zwei bis drei Wochen der Liga? Ja, aber in drei Wochen Liga bin ich Stufe 5 der Maps. Ich spiele halt in der Woche super wenig. Wenn ich in der Arbeitswoche starte und normal spiele und streame. Und nicht extra mit Lumi abspreche, dass ich mehr Zeit habe. Dann bin ich, glaube ich, nach einer Woche in den Maps. Gerade so. Und am Ende der zweiten Woche, okay, bin ich vielleicht am Ende der zweiten Woche Tier 5, 6 der Maps. Vielleicht komme ich, okay, da bin ich in drei Wochen vielleicht Tier 10 der Maps. Und das auch nur, wenn ich nur PoE spiele in der Zeit. Also ich habe jetzt nicht Ruhe. Da ist Endboss. Endboss ist tot. Wir waren einfach übel OP. Wir waren völlig insane OP. Naja, doch, weil ich ja die Completion mitmache. Jetzt habe ich den Boss verpasst. Der Boss war auch in 5.2 Sekunden tot. Also, allein das hier steht, wir haben 59.000 Damage per Second gehabt und 57.000. Normalerweise war ich so bei 15.000 bis 20.000 Damage per Second. Allein die zwei Sachen, wir haben ja noch mehr, allein die zwei Sachen haben 100.000 Damage per Second gemacht. Das ist so viel, wie sonst ein ganzer Charakter von mir gemacht hat. Das Ding hat 124.000 Damage per Second als Peak 30 Sekunden gehabt. Und jetzt musst duweltwerfen. Wahrheit. Du bist gerade